Wie hat uns Jesus am Kreuz erlöst? Viele stellen sich die Sache so vor. Der Tod am Kreuz ist die große Katastrophe. Aber Gott sei Dank ist mit der Auferstehung dann alles wieder in Ordnung. Huh, das war knapp. Jesus hat den Tod besiegt. Hurra! Aber so funktioniert die Erlösung nicht. Die Erlösung geschieht tatsächlich am Kreuz. Das Kreuz ist das Zeichen der Erlösung. Was passiert da also? Diese Waage steht für das rechte Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Mit der Sünde kommt die Sache aus dem Gleichgewicht. Die Sünde ist, das haben wir bereits festgestellt, ein Mangel. Ein Mangel von etwas, das eigentlich da sein sollte. Ungerechtigkeit ist ein Mangel an Gerechtigkeit. Neid ist ein Mangel an Großherzigkeit. Und so weiter. Die Sünde ist also ein Mangel. Und im Letzten ist sie immer ein Mangel an Liebe gegenüber Gott oder seinen Geschöpfen. Gut. Oder natürlich schlecht. Also, wie behebt man einen Mangel? Man behebt einen Mangel mit dem, was fehlt. Wenn die Sünde ein Mangel an Liebe ist, behebt man diesen Mangel mit einem Akt der Liebe. Also los. Unsere menschliche Liebe scheint nicht auszureichen, um die ganze Tiefe der Undankbarkeit und Lieblosigkeit gegenüber Gott aufzuwiegen. Unsere Liebe ist zu klein. Da braucht man etwas Größeres. Es braucht eine vollkommenere Liebe. Und genau so eine Liebe hat Christus. Er ist der Sohn Gottes. Seine Liebe ist nicht nur die Liebe eines Menschen, sondern die Liebe der zweiten Person der heiligen Treffaltigkeit. Diese Liebe ist unendlich groß. Und sie zeigt sich im Akt der Selbsthingabe am Kreuz. Dieser Akt der Liebe hat die Kraft, alle Sünden aller Menschen aller Zeiten aufzuwiegen. Das Kreuz ist also nicht ein Scheitern. Es ist auch nicht der Blitzableiter für den Zorn Gottes, der seinen eigenen Sohn als Strafe für unsere Sünden zerschmettert, wie es Martin Luther verstanden hat. Gott muss sich nicht abreagieren, damit wir von seinem gerechten Groll verschont bleiben. Nein, das Kreuz ist ein Zeichen der Liebe und Hingabe. Genau darin liegt seine erlösende Kraft. Die vollkommene Liebe Jesu am Kreuz wiegt die Lieblosigkeit aller Sünden, aller Menschen, aller Zeiten auf. So funktioniert die Erlösung. So wird der Sündenberg, der uns von Gott trennt, abgetragen. So werden wir aus der Hoffnungslosigkeit der Sünde gerettet. So werden wir So werden wir aus der Finku stehen. So wird der Sündenberg losgegeben anb samfuncet. So 가로 see. So jetzt ist die Erlösung. Soимся nach in der Mitte. So Constanz Glo� droplets hier losgegen. Untertitelung des ZDF, 2020